Moin Moin Freunde meines Kanals und schön, dass ihr eine Runde eingeschaltet habt bei mir auf meinem Video bzw. in meinem Video oder auf meinem Video, wie auch immer, bei meinem Format. Ich bin der Silvamazon. Ich begrüße euch sehr herzlich. Ein kurzes 5 Minuten Update Video zu den aktuellen Goldpreisen. Ich meine, ihr habt es ja mitbekommen. Denke ich mal, dass es viele mitbekommen haben. 1823,46 US-Dollar im aktuellen Fall. Am Wochenende 1827, wisst ihr ja, in Silber 24,68 und am Wochenende 24,72. Ja, soviel zum aktuellen Stand. Also es ist noch alles offen. Ja, diese Woche. Ich könnte mir vorstellen, dass wir, wenn dann so ein Boost, aber bitte nagelt mich nicht daraufhin fest, vielleicht so Donnerstag oder Freitag sehen werden, wenn ich mir die Woche davor anschaue. Ja, da hatten wir, war es ja auch so, 1817, ging dann am Montag relativ stark runter auf 1810 und dann wieder so tageweise bis auf 1807. Und dann eben am Freitag, ihr wisst es ja, von 1811 und dann diesen Ausreißer auf 1829 US-Dollar. Ja, also es bleibt spannend diese Woche. Ich kann nur immer wieder betonen, ja, lasst euch da nicht zu sehr reinreden. Schaut, dass ihr ein bisschen, was heißt ein bisschen, am besten gleich ganz oder gar nicht, euer Vermögen in Sicherheit bringt. Wie auch immer ihr das anstellen wollt, ihr wisst es ja, am besten mit Gold und Silber, nebst Aktien oder auch Bitcoin, was auch immer. Ja, Hauptsache diese Kohle ist weg. Wie wir freuen, ja, Hauptsache diese Kohle ist von dem Girokonto weg. Weil da werdet ihr keine Freude haben. Da werdet ihr keine Freude haben, wenn das Geld sinnlos auf den Girokonten verbrennt, ja. Ist aber nur meine Meinung, wie immer gilt. Letzten Endes muss es jeder für sich entscheiden, ja. Ja, dann kleine News noch am Rande. Das hat mich sehr gefreut. Das möchte ich euch auch gerne mal zeigen. Ich habe es endlich geschafft, meinen Kanal dementsprechend so zu positionieren, wie ich mir das vorgestellt habe. Was jetzt mein Publikum betrifft, denn mittlerweile ist das Publikum mit 28,6% zwischen 35 und 44 Jahren am stärksten. Tendiert dann nach unten von 45 bis 54 sind es dann nur noch 27%, in Anführungsstrichen. Und von 55 bis 64 dann 25,4%. Und dann, ja, also je jünger, je Tendenz steigend. Und das Interesse an meinem Kanal finde ich gut, weil es bedeutet, dass sich immer mehr junge Menschen eben auch, ja, für Anlage interessieren, was ich wirklich klasse finde. Warum ältere Menschen sich für mein Format nicht so interessieren, ist ganz klar. Ich meine, Gott, ich bin ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht so dieser, ich nenne es mal günstigsterweise, so rum dieser konservative, mit Anzug und Krawatte tragende Person, die sich irgendwo, ja, präsentiert. Und euch hier irgendwas groß verkaufen will oder auch mit meinen Worten erwähnt irgendeinen Scheißdreck, in Anführungsstrichen, aufschwatzen will, ja. Das ist nicht meine Art. Das, was ich hier tue, tue ich, weil ich es tun kann, weil mir das Spaß macht, weil ich Freude daran habe, diese Dinge zu tun und weil ich weiß, dass es funktioniert, sonst würde ich das nicht machen, ja. Weil, ich meine, seht euch um, das ist hier die, das ist sozusagen, ja, das obere Stockwerk, also noch eine Wohnung, ja. Also, wie gesagt, mir geht es gut und mir geht es nicht gut, nur weil ich Glück hatte im Leben, sondern weil ich mir echt Gedanken gemacht habe im Leben. Und natürlich bin ich damit auch auf die Fresse gefallen. Liebe Freunde, es ist nicht so, wie wir alle meinen, man investiert und hat hier immer gleich Glück. So ist das nicht, ja. Ganz ehrlich, ich hatte ja auch viele Jahre, naja, viele Jahre ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich hatte durchaus auch Pech, ja. Und ich habe natürlich auch mit Aktien in die Scheiße gegriffen und war volle Kanne in die Scheiße gegriffen, ja. Und es ist schon so, wie viele Menschen immer sagen oder wie viele Experten immer sagen, Investments tun erstmal eine ganze Weile weh, ja. Und dann fangen sie an, richtig, richtig gut zu werden, ja. Das ist halt auch so eine Weisheit. Und insofern, wie gesagt, ich kann es nur mal wieder betonen, lasst euch nicht so allzu sehr bequatschen. Im Moment sind ja diese Quatschereien ganz groß. Ihr wisst es ja auch wegen der Bundestagswahl. Und das ist ja auch so ein Thema, was noch, ja, so vor uns steht, ja, oder bevor, also vor uns steht. Und wir werden sehen, wohin das Ganze läuft, ja. Also ich befürchte, aber das ist nur meine Meinung und ich will auch hier niemanden sozusagen in die Panik treiben, aber ich befürchte nichts Gutes. Das ist nur meine Meinung, ja. Also, ja, kommentiert das gerne mal. Ich glaube, da kommt nicht großartig was Geiles rum mit Rot-Rot-Grün. Aber das ist meine Meinung, ja. Also wie immer gilt, meine Meinung ist ja nicht maßgeblich für alle Menschen und alle Bürger hier in Deutschland. Aber, ja, vielleicht werde ich auch eines Besseren belehrt. Und letzten Endes wird dann, ja, unsere Wirtschaft plötzlich wieder florieren, so wie es sein sollte. Kann ja sein, ja. Ja, das erste Mal zu dem Dienstagsabwert, äh, abwert, meine Güte, Matze. Zu dem Mitt-Dienstags-Update, nee, Montag, oder? Ja, Montag, meine Güte, ich bin schon wieder einen Tag voraus. Montags-Update. Ich gehe jetzt nochmal eine Nacht arbeiten, dann habe ich es hoffentlich endlich geschafft, äh, meinen Soll zu erfüllen, ja. Ja, momentan sind wieder viele krank, also dementsprechend, mein Gott, ich bin ein fleißiger Mensch. Was soll man da machen, ja. Und dann würde ich sagen, am Dienstag dann mit einem vernünftigen Video, also gerne liken, abonnieren. Gebt mir eine Stimme und dann, ja, wird's besser auf dieser Welt. Bis dahin, ciao mit V. Ähm, ja, euer Silber Matze. Ehm, ja, euer Silber Matze.